Ja und damit Mommen und Servus meine Buben, wir sind wieder hier bei News Spekulatius und heute geht es um den riesigen Datenleak bei Nvidia. Genauer gesagt in den Datenbanken von GeForce Now, dem Cloud Gaming Dienst von Nvidia himself und es wurden dort eine Menge an Spielen enthüllt, die eventuell bald ihren Weg auf den PC finden könnten. Darunter zum Teil sogar einige exklusive Nintendo Switch Spiele, wie zum Beispiel Bayonetta 3 und Shin Megami Tensei 5. Ich habe sogar etwas von Mario und Rabbids Kingdom Battle gelesen und ich würde sagen, diesen Leak schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an, denn Brüders, es wird sehr wühlt. Also lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen, resieren sollte. Ja vielen Dank meine BroDingoInnen für die heilige Unterstützung. Abonniert hier gerne rein, falls ihr mehr von solchen Videos sehen wollt und aktiviert auch die Glocke für die kompletten Kicks. Und bevor wir jetzt hier rein starten in den Datenaal, in diesen riesigen Datenaal, einmal kurz Breaking News, die ich rausschallern muss, denn Nvidia hat zu diesem Leak schon Stellung bezogen und zwar kurz nach der Veröffentlichung des Leaks. Es ist einige Stunden vielleicht her und sie haben halt eben so ein bisschen Stellung gezogen auf diese veröffentlichten Daten und es sind eine ganze Menge. Sie haben sich bei WCCFT, ECG oder TEC geäußert und diese riesige Liste an Spielen zum einen bestätigt, sagen aber auf der anderen Seite auch, dass diese Liste spekulativ sei und intern verwendet worden ist. Ja und dann natürlich nicht in die Außenwelt gehört, weil geheim geheim und naja, man will den Leuten ja nicht offenlegen, mit was man so herum experimentiert hat. So würde ich das jedenfalls schätzen. Wir gehen aber rein in ihr Statement. Ich zitiere, Nvidia ist eine nicht autorisierte veröffentlichte Spieleliste mit veröffentlichten und oder spekulativen Titeln bekannt, die nur zum internen Tracking und Testen verwendet wurde. Die Aufnahme in die Liste ist weder eine Bestätigung noch eine Ankündigung eines Spiels. Nvidia hat sofort Maßnahmen ergriffen, um den Zugriff auf die Liste zu entfernen. Es wurden keine vertraulichen Spielbilds oder persönlichen Informationen preisgegeben. Ah ja Nvidia, ah ja, also beschäftigt euch, also nebenbei auch mit dem Testen von spekulativen Spielen, die momentan unter anderem exklusiv für Nintendo Switch erhältlich sind oder angekündigt worden sind. Und ich würde sagen, bevor wir auf diese Sache genauer eingehen bezüglich Switch-exklusive Spiele, die, ich weiß nicht, in den Datenbanken von GeForce Now vorgekommen sind, was ja irgendwie schon wild klingt. Stellt euch mal vor, irgendwie Mario Kart 8 Deluxe wäre in GeForce Now drin oder etwas, das wohl der Fall gewesen ist, was wir uns gleich angucken werden. New Super Mario Bros. Wii. Wild. Bevor wir aber darauf jetzt eingehen, kommt jetzt erstmal diese ellenlange Liste an geleakten Spielen, die, by the way, noch nicht offiziell für PC bestätigt worden sind. Das sind Spiele, die momentan offiziell gesehen exklusiv für PS4 erhältlich sind, für Xbox erhältlich sind. Das ist wirklich eine ganz wilde Angelegenheit. Und gefunden hat man diese Liste hier auf Reddit. Ich werde hier natürlich einmal kurz reingreifen in den Aal, damit wir das hier alles schon mal gesehen haben. Ich werde euch die Liste aber jetzt nochmal ganz in Ruhe durchlesen. Falls ihr euch diese Liste aber auch selbst in Ruhe anschauen wollt, Link ist in der Beschreibung. Ich würde sagen, wir steigen jetzt rein und zwar bei Square Enix. Da machen wir den Anfang mit folgenden Spielen. Chrono Cross Remaster, Final Fantasy Tactics Remaster, Final Fantasy 9 Remake, möglicherweise ein Hinweis auf den kürzlichen Remaster, Tomb Raider Anniversary und Kingdom Hearts 4. Das ist soweit erstmal dazu. Lasst euch das erstmal, lasst das erstmal auf euch wirken. Weiter geht's mit Capcom. Wir haben hier zum einen Resident Evil 4 Remake, was zuvor auch irgendwie spekuliert worden ist, gemunkelt worden war. Street Fighter 6, Dragon's Dogma 2 wurde auch vorher irgendwie gemutmaßt und Monster Hunter 6. Weiter geht's mit Take 2 und da schließen wir direkt mal an ein Thema, an das wir hier vor 1-2 Wochen besprochen haben. Brüder, es geht um die GTA Trilogy. Remaster Trilogy hieß sie, glaube ich, mit San Andreas, Vice City und GTA 3. Take 2 ist mit diesem Spiel hier aufgelistet. Okay, also darf ich das einmal ganz kurz hier ansprechen? Diese Trilogie, man weiß, dass es sie wohl geben soll. Man weiß aber noch nicht offiziell von Seiten Take 2, dass sie, naja, sie offiziell angekündigt haben. Und dieses Remastered wird hier als spekulativer Titel, spekulativer Titel in dieser Liste erwähnt. Obwohl das Spiel seitens Take 2 nicht mal offiziell angekündigt worden ist. Sie hatten es nur einmal ganz kurz erwähnt, aber das will ich einmal ganz kurz hier, damit wir das festgehalten haben, dass Nvidia hier ein Spiel aufzählt, das ja nicht mal offiziell angekündigt worden ist oder so. Wild. Also wir haben diese GTA Remakes Remaster, Bioshock RTX Remaster und Bioshock 2022. Nachfolgend übrigens diese RTX Remaster Liste. Ich meine entweder von, also es gab zwei Leaker bei dieser ganzen Angelegenheit und ich glaube der ein oder andere von dem hat gesagt, diese RTX Remaster Sache sollte man als Fake betrachten, sollte man jetzt nicht zu ernst nehmen. Ich zähle sie aber trotzdem auf. EA kommt als nächstes mit dem Mirror's Edge RTX Remaster, einem unbetitelten Respawn Game. Was zum Teufel? Also ich weiß nicht, ob damit jetzt irgendwie... Respawn sind doch die Apex-Macher, oder? Oder auch die Titanfall-Macher. Ein unangekündigtes Respawn-Game, also wie es aussieht. Titanfall 3 wird auch noch erwähnt. Und wir kommen zu Bandai Namco mit Tekken 8. Weiter geht's hinein mit Curved Digital und die haben Human Fall Flat 2 hier in der Liste stehen. In Sachen Devolver Digital haben wir The Talos Principle 2. Kenn ich nicht. Generell zähle ich hier einige Spiele auf, die ich selbst nicht gespielt habe, aber vielleicht freut sich ja der ein oder andere von euch, wenn diese Namen gedroppt werden. Ja. Wir machen weiter mit Crytek und zwar Crysis 4. Ist das schon rausgekommen? Ich weiß es nicht. Gar keine Ahnung. Wir haben D3 Publisher Inc. mit Earth Defense Force 6. Also alle, die, äh, hier, ne, äh, die scannen, äh, bitteschön. Wir machen weiter mit Sega. Und jetzt wird's richtig strange. Wie eben schon erwähnt im Intro. Bayonetta 3. Bruder. Ein Spiel, das nicht mal offiziell rausgekommen ist und offiziell für Nintendo Switch in Entwicklung ist. Nintendo arbeitet aktiv an diesem Titel mit und ist Geldgeber. Ähm, ist Publisher. Warum taucht das hier in einer GeForce Liste auf? Äh, Kicks. Wir machen weiter mit Judgment. Das ist ein weiteres Spiel von Sega und kommen jetzt zu Atlas. Jetzt wird's nochmal mindestens genauso wild. Wir haben zum einen Catherine Fullbody und Shin Megami Tensei 5. Ebenfalls noch nicht offiziell rausgekommen, aber offiziell angekündigt für die Switch. Was hat es hier zu suchen? Kann man, kann man mir nicht erklären. Aber wir werden es vielleicht gleich noch ein bisschen erklären. Wir werden die Möglichkeiten so ein bisschen durchgehen. Wir machen weiter mit WB. Warner Brothers. Was zum Teufel? Batman Arkham Knight RTX Remastered. Betrachten wir natürlich als Fake. Verstehen Sie? Klare Sache. Äh, und machen jetzt weiter mit Valve. Und die haben wohl ein Half-Life 2 Remastered in Planung oder ich weiß auch, ne? Also diese Liste behandelt Spiele, die bisher noch nicht offiziell angekündigt oder rausgekommen sind. In gewissen Hinsichten. Und ähm, ja, also... Entweder das ist eine komplett utopische Liste oder was auch immer da bei Nvidia durchgerutscht ist. Das letzte Entwicklerstudio ist Paradox und äh, hier steht ja, dass ihr Project FPS in den GeForce Datenbanken gefunden worden ist. Und es gibt noch einige Spiele mehr, wie zum Beispiel Fable 4 oder Kingdom Hearts 4. Ähm, die wurden ebenfalls erwähnt. Wie gesagt, die Reddit-Liste ist auch noch unfassbar viel länger. Ja, und eine Sache muss ich einmal ganz kurz sagen, um uns wieder ein wenig zu erden, ja? Ähm, man muss Nvidia in einer gewissen Weise und Hinsicht irgendwo zustimmen, wenn man sagt, dass das hier eine spekulative Liste ist. Wobei, das hat Nvidia, glaube ich, nicht ganz gesagt. Sie haben gesagt, da sind spekulative Spiele drin. Aber die Liste ist ja von denen autorisiert worden. Die, die haben gesagt, yo, diese Liste existiert, aber die Spiele sind rein spekulativ. So, mäßig. Okay. Okay. Okay, Nvidia. Eine, eine von euch confirmte Liste, aber die Spiele, damit haben wir nichts zu tun. Aha! So habe ich das verstanden. Keine Ahnung. Also, wie gesagt, diese Liste ist verdammt utopisch. Daher kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass alles in dieser Liste echt ist. Und so wie es da steht auch so passieren wird, ja? Man sollte diese Liste generell mit ein bisschen Vorsicht genießen. Das haben auch zum einen die Determiner Igor Julai und Pavel Dundik gesagt. Ähm, das sind wie gesagt die beiden Leaker, die sich damit so ein bisschen auseinandergesetzt haben. Und man soll die Liste, wie gesagt, mit ein bisschen Vorsicht genießen. Äh, genießen. Ja? Die G-Force Liste mit G-Vorsicht genießen. Äh, Kicks. Aber back to topic. Back to topic. Äh. Diese Liste könnte natürlich irgendwo gewisse Fälschungen enthalten. Oder eben mit spekulativen Spielen versehen sein. Das will ich ja auch gar nicht Nvidia absprechen. Natürlich kann es einige Spiele geben, die da wirklich stehen und wirklich sehr spekulativ sind. Und bei einigen ist das ja auch so, wenn wir uns da grad diverse, ähm, Konsolen exklusive Spiele anschauen. Nicht nur bei Nintendo, sondern auch irgendwie bei Sony habe ich Ghost of Tsushima gesehen. Das da wohl auch irgendwie so rumkreucht. Ähm. Kann natürlich auch sein, dass diese spekulativen Spiele vielleicht irgendwo mal geplant gewesen sind für G-Force Now. Aber dann verworfen worden sind und deswegen noch in der Datenbank drin sind. Das kann man ebenfalls als Punkt dagegen ansehen. Aber wenn es um gewisse Konsolen exklusive Spiele geht, dann haben die doch eigentlich auch schon im Vornhinein nichts in diesen Datenbanken zu suchen. Oder? Wir hatten es ja eben gesehen. Bayonetta 3, Shin Megami Tensei 5. Schon nur gut, dass das spekulative Spieletitel sind. Aber was haben die dann generell in dieser Spieleliste verloren? Das ist eben das Komische. Also bei Spielen, bei denen es Vornhinein eigentlich gar keinen Bedarf gibt, darüber zu mutmaßen, dass sie in G-Force reinkommen. Warum tauchen sie dann überhaupt in dieser Liste auf? Es ist wirklich sehr weird. Und jetzt gerade bei Bayonetta 3 und Shin Megami Tensei 5. Diese Spiele, nochmal ganz kurz, sind in exklusiver Entwicklung für die Switch. Nintendo arbeitet mit den Entwicklern Hand in Hand. Dementsprechend, die haben nichts in diesen Datenbanken zu suchen. Wisst ihr, was ich meine? Es sei denn, dass sich zum Beispiel jetzt in dem Falle bei Atlas oder in dem Falle von Sega oder wie auch immer da nochmal Platinum Games. Das Ding ist, irgendwann in ein paar Jahren kann der ein oder andere Entwickler sagen, okay, jetzt ist das Spiel ein paar Jahre auf der Switch raus gewesen. Ich würde sagen, jetzt werden wir das in die öffentliche Richtung pumpen und es auf andere Plattformen bringen. Wie zum Beispiel GeForce Now. Das wäre vielleicht in ein paar Jahren mal eine Möglichkeit. Wir kennen ja die ganze Geschichte mit Platinum Games und wie sie Bayonetta vor einigen Jahren angefangen haben auf dem PC zu portieren. Und das war es dann mit der Nintendo-Exklusivität. Aber hier, jetzt in 2021, will ich das noch einmal ganz kurz sagen. Diese Spiele haben nichts in den Datenbanken zu suchen. So sehe ich das. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Lege ich falsch in dieser Hinsicht? Ich glaube nicht. Es wird aber noch weirder. Denn in einem neuen YouTube-Video von diesem Igor, Determiner Leaker, sieht man unter anderem auch Switch-Spiele. Nintendo Switch-Spiele wie Mario und Rabbids Kingdom Battle. Ja, und unter anderem auch einen Dolphin-Emulator mit New Super Mario Bros. Wii. Ich würde sagen, let's go. Wir gehen hinein in diesen wilden Datenbanken-Aal. Das kann man sich eigentlich gar nicht ausdenken. Helldrivers 2. Dolphin... ... ... ... ... Wie hat er gerade gesagt? Äh, ne? Dolphin-Emulator im GeForce Now Service. Sehen hier Dolphin-Team, Dolphin-Team. Ist schon ein bisschen weird, aber ich meine, das ist ja noch einigermaßen okay. Es ist ja nur ein Emulator. Warum auch immer man einen Emulator in einer Cloud-basierten, in einem Cloud-basierten Streaming-Dienst, ähm, benötigt. Denn, naja, äh, ein Streaming-Dienst benötigt keine, ähm, ja. Wobei, keine Ahnung. Vielleicht ist das ein Grund, um die Dolphin-Spiele oder die emulierten Spiele in bester Qualität darzustellen. Eben weil es gestreamt wird und eben, äh, äh, weil man somit die beste Leistung, die beste Performance hat. Möglich. Aber, wenn es mit einem Dolphin anfängt, wird es ja nicht bei einem Dolphin bleiben, oder? Marvel Ultimate Airlines is free, äh, Black Order. Weiß ich nicht, ist das für irgendeine Plattform exklusiv? Ich hab keine Ahnung. Ghost of Tsushima. Was zum Teufel? A Big Adventure, einem Sony-Exklusiv-Titel. Which may never be presented on other platforms. Richtig. Mario & Rabbids Kingdom Battle. Welches für Switch exklusiv zu kaufen ist. Und dort exklusiv erhältlich ist. Na, es gibt, wie ihr sehen könnt, äh, kein, ähm, Cover oder so. Ja, aber dennoch ist halt eben die Frage, ist das hier, ist das hier echt, ist das Fake oder hat sich Nvidia wirklich etwas dabei gedacht, ein exklusives Switch-Spiel auf GeForce Now zu portieren? Und hier können wir neue Nintendo Switch-Exklusives finden. Neu ist es nicht, muss ich kurz korrigieren. Ganz so neu ist es nicht, das ist glaube ich 2018 oder so rausgekommen, 2019 vielleicht, äh, aber ich weiß worauf er hinaus will. Exklusiv. Was denkst du? Vielleicht spielen sie Pirate-Kopies dieses Spiels und Emulatoren? Was er gerade gefragt hatte war, ob es denn möglich wäre, was denkt ihr, wäre es möglich, dass, ähm, Nvidia es ermöglichen möchte, Pirate-Games zu emulieren. Ja, also, man zieht sich ne Rom und, äh, zieht sie dann in diesen Dolphin rein und, äh, spielt sie dann über diesen Dolphin, über GeForce Now. Es ist das, was Nvidia möchte. Das ist, äh, na, hm, na klar. Und hier. Hm. Hm. Die Brüder! Da klingt ja gerade ein bisschen abgeschnitten, oder? Mir hat da jetzt gerade noch ein Wort gefehlt, to play these games illegal, ne? Illegally. Illegically, oder? Wie sagt man da nochmal? Illegal, ihr wisst, was ich meine, ja? Also, wir sehen hier, ein Nvidia Confidential, was so viel bedeutet wie vertraulich mit Nvidia zu betrachten, oder... Nvidia vertraulich, ähm, was, was auch immer, aber es ist eben ein vertraulicher Titel, der hier ist. Und dieses Mal gibt es sogar ein Cover, und es gibt Screenshots, und es gibt jemanden, der hier einen Text reingeschrieben hat. Ich weiß nicht genau, ob das hier Nvidia gewesen ist, ob das vielleicht sogar, um das auch ganz kurz zu sagen, ob vielleicht nicht sogar Igor selbst, der dieses Video hier gerade gemacht hat, ob der nicht selbst irgendwie so etwas geschustert hat. Ja? Man weiß es nicht, aber im Falle dessen, dass Nvidia hierfür verantwortlich ist, das ist dann schon ein bisschen wild. Und, ähm, wie gesagt... Er möchte darauf hinaus, dass das hier ein Piracy Game ist, ein Spiel, das man sich aus dem Internet gezogen hat und über den Dolphin spielen kann. Auf GeForce Now! Ja? Hier haben wir nochmal ganz kurz den Banner dafür. Ja? Nvidia Confidential... Ich kenne Nvidia Confidential nicht. Ist das ein bekanntes Trademark oder ein bekannter Slogan von Nvidia, wenn es um solche vertraulichen Dokumente oder Daten geht? Das ist, glaube ich, das, was man damit ausdrücken will. Das ist vertraulich zu behandeln, ne? Es sieht, wie bereit zu spielen, aber fokussiert auf diesen Screenshots. Es sagt, Super Mario Bros. Wii, das bedeutet, dass das Spiel für sicherlich für die Wii U-Konsole ist. Äh, nicht für Wii U, aber für Wii. Der Bruder. Also, wir haben hier zwei Dinge. Nvidia hat das Spiel Super Mario Bros. Wii zu dem GeForce Now-Service und sie hat Dolphin Emulator, der kann dieses Spiel launchen. Das ist das, was er gesagt hat. Nicht das, was ich gesagt habe, okay? Okay, er hat gesagt, dass Nvidia ein Dolphin Emulator plus gewisse ROMs, jetzt in dem Falle NSMB Wii, zur Verfügung gestellt hat. Äh, oder? Ja, genau das hat er gesagt. Also, ja. Es ist kein legaler Weg, um Nintendo-Games zu kopieren. Und deswegen haben wir keine Chance, um dieses Spiel durch GeForce Now-Service zu lanzen. Okay. Wir, ähm, lassen das Video erstmal so stehen. Ist wilder Tobak, muss ich hier an der Stelle sagen. Es ist wirklich sehr wilder Tobak. Und, um auch nochmal ganz kurz hier auf diesen Dolphin Emulator zu sprechen zu kommen. Wir wissen ja, dass Nintendo mit Nvidia natürlich so ist, ne? Da müssen wir nicht drüber reden. Und es gab damals, um mal ganz kurz hier zu throwbacken, es gab für die Nvidia Shield TV-Konsole, falls ihr euch erinnert, Diverse Partnerschaften, in denen man, oder in dieser Partnerschaft gab es zum Beispiel Super Mario Galaxy und mehr Wii-Spiele, die man zocken konnte. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es da auch Gamecube-Spiele gab, aber, äh, es gab im chinesischen Segment die Möglichkeit, zum Beispiel Super Mario Galaxy auf einem Nvidia Shield TV zu spielen. Und das ist aber was komplett anderes, als das, was wir eben in seinem Video gesehen haben. Wisst ihr? Und ich will nicht sagen, dass es echt ist, oder dass Nvidia das wirklich gemacht hat. Ja, aber was wir eben im Video gesehen haben, sah für mich so aus, äh, als könnte es eben sein. Wir müssen hier im Konjunktiv reden, Brüders. Als könnte es sein, dass Nvidia Raubkopien anbietet, um diese dann über den Dolphin-Emulator über GeForce Now zu spielen. Und dieser Nvidia-Confidential-Schriftzug, der lässt die Sache halt noch wilder und weirder aussehen, finde ich. Könnte es sein, ja? Könnte es sein, dass Nvidia den Spielern nicht wissen lassen möchte, dass man diese Spiele illegal spielt? Fragezeichen. Nur eine Vermutung, ja? Laut Igor hat er eben gesagt, es ist nicht möglich, dass jemand Raubkopien auf Nvidia-Server hochladen kann. Das ist nicht möglich. Und ich weiß nicht, ob er damit sogar Recht hat oder ob er vielleicht sogar der gewesen ist, der das hochgeladen hat, um es dann stolz zu präsentieren, ne? Was ich damit nur sagen möchte ist, dass wenn er sagt, dass das nicht möglich ist, es für Nvidia auf jeden Fall nicht ganz so toll aussieht, oder? Weil ich meine, Nintendo wird das gar nicht gefallen, wenn diese ROMs anbieten, die man über einen Emulator spielen kann. Das will ich damit sagen. Es ist ein sehr wildes Thema, Brüder. Deswegen eure Meinung hierzu sehr gerne in die Comments hineinbuttern, bitte. Denkt ihr, das ist echt? Denkt ihr, diese Liste ist echt? Denkt ihr, bei gewissen Spielen könnte sich Nvidia verplappert haben? Oder was denkt ihr steckt dahinter? Denkt ihr, auf Nvidia wartet jetzt die totale Action, ja? Schellen von allen Seiten, von sämtlichen Publishern und so weiter? Brüder, wenn es dazu irgendwas Neues gibt und je nachdem wie dieses Video ankam, werde ich mich diesem ganzen Thema dann natürlich erneut widmen und ein Update liefern, aber bisher, ich weiß nicht, auf wessen Seite ich jetzt gerade stehen soll. Also, Determiner, die das jetzt rausgefunden haben, stehen für mich eher wie Whistleblower da als für Faker. So sehe ich das. Brüder, bis zum nächsten Mal. Gehabt euch doch wohl und tschüss.